Jo, servus und hallo zusammen, willkommen zurück zu den Mameluken, ne, bei Europa Universalis 4, ja, im Krieg gegen Äthiopien, darunter, das ist relativ unspektakulär, also sollten wir, denke ich, klar gewinnen, viel interessanter hingegen ist der Krieg zwischen Bosnien, Serbien und dem Osmanen, das hätte ich nicht gedacht, die haben ja tatsächlich gemeint, sie können unsere Steilvorlage nutzen, wir haben den Osmanen, ja, deutlich geschwächt, ne, seine Truppen zerstört und die haben jetzt gemeint, sie können abstauben, tja, so ein Pech läuft nicht ganz so einfach, wie sie sich das gedacht haben, offenbar, aber, richtig, nicht unser Problem, so, dann würde ich sagen, wir schicken jetzt einfach mal die depperten Missionare los, ja, auch wenn es ewig dauert, aber das ist mir jetzt wurscht, sollen die Rebellen kommen, sollen sie kommen, dann werden sie wieder heimgeschickt, Beziehung, Maximum, mit Ungarn und mit Frankreich, so, da wird weiter besetzt, hier wird weggeklatscht, Was ist das? Äthiopien will Frieden, nein, keinen Frieden, Osman Schloss Frieden, nein, echt? Okay, Bosnien wird gezwungen sein, Osman Reparationen zu zahlen, ja, Freunde, so schnell kann es gehen, Hahaha, oh mein Gott, Bosnien ist draußen, Hahaha, lächerlich, ja, die haben sich etwas übernommen, vermute ich mal, und auch Serbien sieht so langsam aber sicher ein, oh, verdammt, da waren wir, wohl etwas unvorsichtig, tja, hinterher ist man immer schlauer, ne, angeblich, So, die nächsten dreckigen Rebellen, Ihr traut euch was, Leute, Ihr traut euch was, Kommt nur, kommt nur, euer Fehler hier, ne, auf Wiedersehen, Könnten wir mal ein bisschen anständig würfeln, bitte, Spiel, danke, geht doch, Wenn ich das dick hab, wenn das Spiel mich immer über's Würfelglück verarschen will, da kriege ich doch Zustände, das mag ich gar nicht, So, Sevilla haben wir noch, Ärger, okay, Sevilla, dann gehen wir mal nach Katis, naja, dann parken wir unsere Einheiten dort, falls die bösen Leute kommen, so, hier unter wird fleißig weiter belagert, Wir holen uns alles, Leute, alles, Wunderbar, alles unser, oder so ähnlich, na, dann belagern wir das Ding noch, und dann ist hier gut, allzu viel, wenn wir ja sowieso nicht kriegen, wenn wir ehrlich sind, ne, wir würden vielleicht ein, zwei Provinzen, und dann heißt es wieder aggressive Expansion, Böse, 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 der Kollege Marmeluk ist schon wieder größenwahnsinnig und so, naja, man kennt das ja, ne, man kennt das ja, und außerdem haben wir dann auch nicht allzu viel von unserem Manpower verheizt, verheizt, genau, verheizt, meine ich, so, wo ist der Irak? Da drüben, Beziehung verbessern, So, 50% Kriegstand, Äthiopien will Frieden, ja, das ist toll, na, schauen wir doch mal, was wollt ihr denn? Na, was haben wir denn für schöne Sachen? Also, das wollen wir mal haben. Serbien, Hedges, Bosnien, ja, Nidoran, Russland, also eine aggressive Expansion, das lasse ich mir eingehen, ich will da Geld haben, und ich will Kriegsreparationen haben und, äh, Kaffer wird entlassen, echt? Oh, ah, das machen sie gar nicht, okay, solche Schweine, buh, warum denn? Das wäre doch lustig, das wäre doch lustig, weißt du was, deine blöden Reparationen kannst du in den Hintern stecken, du hast, du bist eh so ein armes Würstchen, sowas machen wir so, zack, wir entlassen Kaffer, genau, das ist doch sehr lustig, oh, die haben eine Goldprovinz, die haben Kaffee und die haben eine Goldprovinz, ich habe schon wieder komische Ideen, hm, ja, auch die Deppen lassen sich nicht vassalisieren, sondern nur scheiß Protektorat, das ist ja doof, also gut, dann wollen wir gleich mal hier, ne, Moment, das haben wir uns geholt, dann muss ich jetzt hier meine, dafür den Truppen hinstellen, ne, ein bisschen Unruhe unterdrücken, ja, ja, wir haben keinen Kriegsgrund mehr gegen Äthiopien, das weiß ich schon, macht nix, oder, dann wollen wir gleich mal Spionagenetzwerk, aufbauen, die Burschen holen wir uns, ne, Goldprovinzen, auch ich liebe Goldprovinzen, so, was macht Aragon hier, wo wollt ihr denn hin, Leute, latscht ihr bloß blöd rum, oder, was geht mit euch, hm, was ist mit euch los, versteh's gar nicht, was haben wir denn für Missionen, mal den Zuleim, ja, das ist hier, ne, das ist dieses, ja, 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 ich greife die Koalition an, ein kühner Plan, sehr gute Idee, sollte ich unbedingt machen, umgehen, sofort, mhm, wann kann ich denn eigentlich die Admin-Technik mal upgraden, Freunde, Dezember, okay, also warten wir noch bis Dezember, wir haben so viel Geld, da könnte ich eigentlich mal, unsere Berater nehmen, ne, Moral der Armee, Disziplin, plus drei, Disziplin, aber, klingeligen hier, schau mal, oh Gott, ne, was machen denn meine Stände, habe ich auch schon lange mal geschaut, Admin-Hilfe, 50 Admin-Macht, kostet 20 Loyalität, das ist aber böse, Minister rekrutieren, Stufe 3 Theologe, diese Interaktion ist nicht verfügbar, da der Stand Olema hat höheren Einfluss als 40, hat er nicht, großzügige Spende, was, 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 wie, wie bitte, was war das nochmal, großzügige Spende, das ist an mir vorbeigegangen, glaube ich, hier kriege ich Pietät, das will ich ja gar nicht, Inquisitor, Level 3, okay, Kaufleute, was kriege ich hier, hier kriege ich einen Meisterpräger, oh, das wäre ja interessant, eigentlich, ne, ein Inflationsmuckel, Level 3, die brauchen auch 40 Einfluss, es geht momentan nicht, es geht momentan nicht, ganz einfach, klar, ich könnte den Einfluss ein bisschen pushen, aber trotzdem, geht nicht, kann ich nicht machen, ne, geht nicht, schade, und das wäre es jetzt natürlich gewesen, wenn ich von meinen Ständen hier mal einen, geilen Berater kriegt hätte, der noch relativ günstig ist, ne, ein günstiger Berater, Gebäude, Schiffswerft, ne, Kaserne, Übungsplatz, ne, Handelskompanie, ne, das ist ja alles ein albern, finde ich, Handelsgüter plus 1, also, ne, 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 um Gottes Willen gerichtet, ne, Werkstatt, Werkstatt, wenn dann, Werkstatt, 006, 008, ja, da, hier, 007, ist auch noch okay, dann lohnt sich das alles nicht, ne, 007, 0010, jawohl, 9, das ist 16, und 9, hier wäre noch 10 gewesen, naja, das wird schon, schau mal, was wir hier gelten machen, plus 15, das ist ja geil, und das obwohl wir hier ordentlich Truppen stehen haben, ne, wir haben 80.000 Mann stehen, und schau mal hier, wir haben auch 72 Schiffe, am Start, na toll, jetzt wird wieder alles teurer, hätte ich bloß nichts gesagt, okay, Byzanz ist, soweit, auf Maximum, Boston hat sich einer Koalition angeschlossen, Dankeschön, klar, die sind natürlich auch stinksauer, die Burschen, ne, oh, Serben werden die nächsten sein, naja, das werden die nächsten sein, ich habe keinen Anspruch, ne, oh, dann muss ich ganz schnell, mir einen Anspruch holen, Byzanz hat auch keinen Anspruch, ne, dann sollte ich mich hier, wappnen, und zwar flott, dass ich hier angreifen kann, und eine Waffenruhe aushandeln kann, nicht, dass die alle noch in die Koalition eintreten, das wäre blöd, da habe ich jetzt wieder nicht aufgepasst, Mist, oh, okay, das hat sich gerade erledigt, glaube ich, der Osman hat ja alles sich geholt, volle Annexion, oh, okay, cool, schön, also Serbien gibt es nicht mehr, das hat den Vorteil, dann können sie auch nicht gegen uns in die Koalition eintreten, man muss immer das Positive sehen, liebe Leute, ne, immer das Positive sehen, so, wir verbessern mal die Beziehungen mit dem Kirchenstaat, Pirak fliegt raus, Aragon fliegt raus, und werden wir mit Ferrara mal die Beziehungen verbessern, ne, das mache ich jetzt nur, in der Hoffnung, dass, äh, die Herrschaften sich das dann nochmal überlegen, und sagen, naja, ist ja so schlimm, ist der Mameluke jetzt eigentlich ja gar nicht, ne, ist ja eigentlich ein ganzer Netter, manchmal, naja, dann verpissen die sich vielleicht, wenn ich Glück habe aus der Koalition, und dann zerfällt die, ah, schau an, oh, okay, habe ich was gesagt, ne, nicht, gell, scheiße, okay, ich wollte gerade sagen, dann zerfällt die Koalition, und alles ist gut, aber irgendwie hat sich das hiermit erledigt, schön, ja, toll, äh, das heißt aber auch, genau, das soeben geschlossene Bündnis Bosnien-Ungarn ist gerade wieder zerbrochen, oh mein Gott, Koalitionskrieg, oh mei, oh mei, oh mei, oh, oh, wie haben mir diese Koalitionskriege gefehlt, Ohne Worte, aber echt, ohne Worte, okay, jetzt wird's lustig, okay, Handelsschiffe, ihr dahin, ihr dahin, 18.000 Mann stehen hier, was mache ich mit euch, wer ist das jetzt hier, welcher Anführer, der Isma Burdi, okay, der hier, so, ihr belagert gleich mal hier die Hauptstadt, das wird jetzt echt lustig, oh oh, ich befürchte Schlimmstes, ey, ganz ehrlich, ich befürchte Schlimmstes, das kann richtig hässlich enden, jetzt habe ich echt gehofft, die gehen hier raus, nö, ja, vielleicht kam es zu spät, vielleicht kam das Geschleime zu spät, die dreckigen Russen, echt, verdammt, die Angst, ihr Deppen, ihr Schimmlingen, Spielverderber, blödes Spiel, naja, gut, dann würdest du wenigstens nicht langweilig, ne, sonst muss man positiv sehen, wie war das mit dem positiv sehen, scheiß Zweckoptimisten, oh Gott, scheiß Zweckoptimisten, aber echt so, okay, also, dann machen wir hier zumindest mal Bosnien zu, Ungarn hilft uns, ne, dann können die nichts mehr ausheben, ist das Thema durch, so, hier, Megaschlacht, Ferrara gegen Frankreich, oh, Frankreich mit doppeltem Gebietsmalus, na, ob sie das packen, ist die Frage, gut, sie haben einen relativ guten Anführer, muss man dazu sagen, sie haben einen recht guten Anführer, so, okay, dann spielen wir jetzt mal unsere Flotte aus, Mission, feindliche Flotten jagen im Mittelmeer, viel Spaß, Freunde, ne, wer auch immer hier kommt, hier kriegt es mit 72 Schiffen zu tun, gute Fahrt, sag ich mal, diese dreckigen Russen, ne, Frankreich, die Schlacht wäre wichtig, jawohl, Frankreich gewinnt die Schlacht, sehr gut, das hat natürlich gleich mal reingehauen, ne, 3,78, das war schon mal nicht schlecht, das nächste wären die hier drüben, so, 56%, jawohl, hiermit hier rüberwärts, ja, geht hier runter nach Hedgers, in die Hauptstadt, okay, was macht Ungarn, setzt wir das Bündnis mit den Bern natürlich an, wobei, ja, Bayern ist am Arsch, Bayern ist am Ende, da geht nicht viel, da geht nicht viel, schaut mal hier, was hier ausgehoben wird, unglaublich, unglaublich, so, okay, braucht Kriegsteuern, aktuell nicht, wir machen noch gutes Geld, wenn wir unseren Moralbobo drin, jetzt lasse ich alles mal so, ich glaube, da muss ich nichts umstellen, ne, passt, ist es doch noch zum Koalitionskrieg gekommen, ich hätte es nicht mehr gedacht, so, hier gibt es Schlacht mit der venezianischen Flotte, sehr lächerlich, die werden untergehen, die Burschen, so, schau mal hier, Bosnien, jawohl, alles klar, ich komme, Freunde, ich komme, oh, oh, 46.000 Mann, ich überlege mir das nochmal, ob ich da komme, was wäre es jetzt wieder gestorben, nein, unser Meisterpräger, verdammt, wieso, wieso ausgerechnet unser Meisterpräger, der die Inflation bekämpft, sehr ärgerlich, ja, dann nehmen wir halt den mit der nationalen Unruhe, das ist mit Sicherheit nicht verkehrt, derzeit, wenn hier so eine leichte Unruhe am Machen ist, das ist nicht verkehrt, ja, ja, das passt schon, es hätte so einfach sein können, ist es aber nicht, genau, so, wir haben eine Galäre gewonnen, und die Flotte komplett zerlegt, bam, die Seiten hier eigentlich repariermäßig eingestellt, Visionseinstellungen, Reparatur, leicht beschädigt, okay, also, immer schön reparieren, oh, das sollte ich mir überlegen, die Jungs hier, egal, ich bin gesperrt, ich muss, gibt Gas, gibt Gas, macht schneller, macht schneller, macht schneller, macht schneller, macht schneller, schnell, schnell, jawohl, danke, danke, okay, die haben wir weggeknackt, wie viel sind das, oh, das sind so viele, das schaffe ich nicht, da gehe ich lieber hier zum Ungarn, Aragon kriegt Geschenke aus Kiew, hallo, was geht denn hier ab, okay, Respekt, jawohl, Tech Upgrade, Admin Tech, Klingeling, zack, eins nach oben, sehr gut, heißt administrative Effizienz, haben wir schon mal gekriegt, sollte uns bei der Kernprovinzerstellung helfen, naja, sieht man hier, administrative Effizienz, minus 20%, ist natürlich sehr schön, macht das Ganze deutlich billiger, nice, so, dann finden wir jetzt eigentlich nur noch, hier die 18, boah, Russland ist schon auf 19, alter, oh Gott, das kann böse werden, Leute, das kann böse werden, aber wenn, dann wird es höchstens oder frühestens beim nächsten Mal böse, denn für heute sind wir raus, ich sage wie immer, vielen Dank fürs dabei sein bei Europa Universalis 4, ja, der erste Koalitionskrieg hier bei den Mameluken, mit den Bayern war das ja gang und gäbe, da hatten wir das ja laufen bald, ja, ich bin gespannt, wenn wir es schaffen, momentan plus 14%, aber momentan hat der Russe auch seine Truppen noch nicht ausgepackt, ne, deswegen, es bleibt spannend, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin, ne gute Zeit, macht's es gut, und Servus.